Oh, jetzt... Scheiße, Alter. Das war unter einer halben Minute, definitiv. Das war definitiv unter einer halben Minute, ja. ...sieht ganz genau. Hallo, hier ist der Gusua zu einem frischen Video im Stream bei Lichtle. So, ja, also ich bin hier und ich schreibe jetzt rein. Ich frage einfach mal den Clan vollmachen, wie es aussieht. Ne, genau, also nochmal für alle die Erklärung. Es geht darum, dass wir einen kleinen Troll starten. Und zwar machen wir es so, dass Gusua in den Clan reingeht und erst mal so sagt, ja, hallo Leute, ich kann hacken. Und dann zeige ich im Stream diesen Clan und der Clan wird voll sein. Weil Leute, die so schnell voll sind. Und dann ist er einfach komplett voll. Und die Leute im Clan werden sich so wundern, was plötzlich passiert ist, dass da wirklich Spieler in den Clan gekommen sind durch Gusua was in Anführungszeichen hacken. Und das möchte ich mir ausprobieren. Und das, ganz genau, das wollen wir uns geben. Und jetzt, also es werden die Pokis runtergemacht. Kleinen Moment. Ich habe 2000 Pokal. Ja, nee, hat sich schon erledigt. Weil alle anderen können ja dann auch rein. So, die Clan-Einstellungen wurden geändert auf 800. Das sollte jeder auf die Reihe kriegen. Das sollte, ja, das sollte jeder. Und jetzt sage ich euch das Clan-Kürzel. Ja, aber erst mal nur uns. Und ich würde dann auch sagen, dass du vielleicht erst mal schreibst. Ja, stimmt, ich schreibe es euch, genau. Wenn du sagst, ich hacke, dann wartest du erst mal, bis so eine antwortet. Haha, eh nicht oder so. Damit dann auch jemand online ist. Weil es bringt nichts, wenn der Clan auf einmal voll ist und die Leute gar nicht mehr gemerkt haben, dass du irgendwas geschrieben hast. Und für alle Leute, das ist kein Hack. Das seid nur ihr selbst. Ja, ja. Also genau, alles super. Ich habe ihn zu euch geschickt, genau, in einer Konferenz. Okay. Und ich schreibe das jetzt mal. Ich kann Clans hacken. Ja, aber warte noch darauf. Ja, also das schreibe ich jetzt. Warte, warte, schreibe jetzt. Ich habe jetzt geschrieben, ich kann Clans hacken. Schreibe mal, okay, schreibe mal, okay. Ich komme mit meinem anderen Account online. Dann komme ich rein. Ja, du bist schon drin. Ich bin schon, ich muss jetzt rein. Okay, oh, das ist mega nice. Das ist schon mal direkt ins Gesicht. MrMobileFanboy kommt. Starte den Hack, Guzova. Okay, genau, genau. Pass auf, Leute. Kommt alle in den Clan rein. Truppensturm. Da werden wir jetzt eine Zeit lang drinbleiben beziehungsweise werden ein bisschen rumtrollen. So geil. Kommt alle rein. Es kommen schon die ersten Leute. Ja, genau, richtig geil. Ja, er ist schon so gut wie voll, kannst du sagen. Nee, nee, noch nicht ganz. Nee, aber jetzt und jetzt einfach wirklich wieder die Reaktion. Ja, jetzt. Oh, so übel. So geil, krass. Alles klar. Oh, hier, hier, OMG. Yeah. Ich bin im Stream. Easy. Sehr geil. Oh, ich finde das so geil. Es ist mega. Es ist voll, was die Leute im Clan jetzt denken müssen. Ja, ja, nie. Und jetzt merkst du gleich nicht mehr, was sie denken. Voll. Weil du es nicht mehr lesen kannst. Voll, ist voll, ist voll. Oh, jetzt. Scheiße, Alter. Das war unter einer halben Minute, definitiv. Das war definitiv unter einer halben Minute, ja. Und was lese ich im Chat? Die Seax-Fris-Döner. Oh, Mann. Mega cool. Hier, komm, komm, wir spenden. Wir spenden. Richtig nice. Spenden, genau. Hier mal nach ganz unten. Scroll mal beim Chat ganz runter. Schau mal, wie schnell die Nachrichten gehen. Unter einer Minute. Ja, so gut wie. Ja, doch, jetzt kommt es gleich unter einer Minute. Ja, das ist ja. Chat in unter einer Minute. Okay, pass auf, ich spende gleich mal ein bisschen. Genau, ich spende auch. Ich habe Bogis ohne Ende. Oh, das geht gar nicht. Ich kann das schon gar nicht spenden. Genau, fragt an. Gar kein Thema. Weil sie, haben die Leute aus dem Clan irgendwas geschrieben? Ich, wir haben es überrannt. Wir hätten uns so ein bisschen ein Screenshot davon machen sollen. Das schaffst du nicht. Das ist einfach... Wir hätten uns ein Screenshot davon machen sollen, wer im Clan schon drinnen war. Es waren irgendwie 14 Leute oder so. Guck doch einfach, ob ein ältes Dauder so schreibt. Drache. Genau. Ob ein ältes Dauder so ein ältes Dauder an Dingsbums hier schreibt. Wer hat am meisten gespendet bis jetzt? Ich gucke mal gerade rein. Ich habe schon 50 Truppen gespendet. Ah, da schreibt einer, ich bin Hashtag die Sergs von Agario. Wahrscheinlich. Der hat uns gestern die ganze Zeit gefressen. Oh, okay. Krass. Es war eh FFA. Nicht immer, aber es war ganz lustig. Wir haben gestern auch mal probiert bei Agario. So, ganz einfach mal, einfach mit den Leuten zu teamen. Dass jeder, der irgendwie Lichtle im Namen hatte, mit dem haben wir geteamt. Ja. Das hat echt gut funktioniert. Also das sollten wir heute definitiv wieder machen. Gerne. Gerne. Ja, das funktioniert. Okay, ja, hätte ich... Ohne Spaß, hätte ich... Da musst du immer so ein bisschen Masse verteilen an die Leute, die dann rundherum um dich sind. Klar, hin und wieder wird jemand gefressen, aber das funktioniert im Endeffekt wirklich gut. So, also ich würde sagen, jetzt läuft. So, was machen wir jetzt? Na, jetzt würde ich fast sagen, in den nächsten. Wir wollen das immer wieder, weil nämlich so haben wir die Möglichkeit, dass alle anderen zusätzlich auch noch sagen können, gut, okay, komm, wir kommen in den Clan rein. Ist das heck? Ja. Genau, dass jeder, der im Stream dabei ist, dass jeder sagen kann, passt, wir waren... Genau, ihr wart einfach mal wirklich dabei und also erstens, ihr seid natürlich dann im Stream zu sehen gewesen und ihr seid natürlich dann auch wiederum auf YouTube. Wie ihr seid, wenn ihr wollt, guckt mal bei mir vorbei, Guzoa. Und wie sieht's bei dir aus, Disiax? Haust du auch raus? Jo, ich pass mal auf. Ich glaub, der war von Anfang an im Clan, LT Stulin und er schreibt, er kann hacken? Fragezeichen. Ja, genau. Ja, ja, ja. Ich kann nicht nur hacken, ich kann auch Bäume. Das sind so deine gehackten Tomaten. Boah, komm, ey, der war so gut. Der war so gut. Für alle Leute, die jetzt nicht wissen, um was es geht, Guzoa hat ein Bild hochgeladen und hat so gehackte Tomaten in der Hand gehalten und hat gesagt, jo, jetzt sind Hacker schon so dreist, jetzt hacken sie sogar schon Tomaten. Im Endeffekt, er ist richtig kacke, aber er ist so kacke, dass es schon wieder ein bisschen gut ist. Guzoa, hast du einen neuen Clan? Nee, warte, mach ich kurz fertig. Aber wie gesagt, so ist es ja immer am besten. Dann, weil wie gesagt, so könnt ihr einfach, ihr seid wirklich auch mal im Stream live dabei, ihr seid wirklich im Clan dabei. Ich weiß eigentlich, wie man den perfekten startet. Nee, das ist kein Thema, warte, warte, dauert ja nicht lange. Hier, Rack in Get The Fuck Out, nee, das Ding ist halt, das solltet ihr machen, weil das geht sonst nicht, sonst kommt ihr nicht mehr selbst rein. Warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal, der Rack in Get The Fuck Out wird jetzt trotzdem voll, einfach so. Hier, ich hab einen mit einem, ich hab einen mit einem. Und da ist auch ein Aktiver ist da drin. Nee, stopp, ich mache jetzt erst mal einen Angriff. Ist da ein Aktiver drin? Der Loot ist fucking episch, eine Sekunde. Ey, gut, so ist da ein Aktiver drin. Ja, genau, genau, der ist ja im Globalen gerade. Ja, dann gehen wir beide schon mal rein, dann gehen wir beide schon mal rein, schreiben. Warte, 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 ich gucke, also ich hab ihm geschrieben, dass ich ihm helfe. Und jetzt gucke ich mal, ob ich angenommen werde. Nee, aber mit Annehmen ist das blöd. Nee, dann soll er danach den Clan aufmachen. Ja, dann soll das ändern, ja, das stimmt. Das ist ja nicht das Thema. Weil er ist ja garantiert daran interessiert, dass der Clan voll wird. Und du greifst, ah genau, ich seh's grad, du greifst grad übel an. Genau, hier, ähm, soll ich dir... Schreib, soll ich dir den Clan füllen, Fragezeichen. Oh, nein, ich hab den perfekten Clan, ohne Spaß. Das ist The Best Clan mit zwei Leuten und anyone can join. Ja, aber das Ding ist, sind diese Leute aktiv? Darum geht's nämlich, wartet, nein, ich hab einen. Bitte, komm. Einer war drinne. Ja, da sind zwei drinne bei mir. Na, ihr Süßen. Na, ihr Süßen, sagt er. Also bei mir... Warte, soll ich dir helfen? Ja, gern. Ja, dann warte, schick mir mal den... Dann mach kurz den Clan auf. Ich kann hacken. Oh, oh, oh. Oh, yeah. Sag einfach irgendwie, ich komm kurz mal, dann komm ich und Lichnehm schon mal rein. Schreib einfach irgendwie, ich komm mal kurz mit meinem Bot-Account online, dann komm ich einfach rein. Also die Seahex macht zwar keinen Sinn. Ich geb euch... Also die wurden schon mal geändert, das passt schon mal. Und die sind offen für alle 800 Pokis. Yay. Okay, und wie viele Leute sind im Clan drinnen? Drei, mit mir. Okay, und wie viele davon sind online? Beide. Oh. Ja. Yay. Okay, und wie viele Leute sind im Clan drinnen? Drei, mit mir. Okay, und wie viele davon sind online? Beide. Oh. Ja. Okay, los geht's. Warte, ich schick den Link. Los geht's. Ich schick den kurz. Oh, es geht nie. Am besten merken wir uns jetzt die Namen von den Leuten, damit wir die Rektion von denen festhalten können. Ist es einfach ein ganz neuer Clan, oder wie? Es ist... Er war nur einer online, dann ist ein anderer mit reingekommen. Okay. Sobald ich es im Stream zeige, ist es vorbei, gell? Skyrim. Das heißt... Ich bin sogar schon ältester. Sehr geil. Okay, pass auf. Ich komm rein, ich komm rein. Die Siax kommt rein. Wartet, wartet noch nichts machen. Und jetzt, Lichtle, schreib du, Guzoa kann hacken. Ich hab gehört, Guzoa kann... Genau. Genau, ich starte den Hack. Drei, zwei, eins, los. Es geht gleich richtig, ja, pass auf. Es wird gleich richtig eskalieren. Okay, pass auf, er schreibt schon... Warte, ich merke mal schnell den Namen. Das ist King, Junge, Doni und dann nochmal Massimo. Okay. Ey, wir müssten es eigentlich machen. Wir müssten sagen, äh, wollen wir wetten? Oh. Ja, stimmt, das könnte man theoretisch auch machen. Das wäre auch ziemlich geil. Wollen wir wetten? Ach, stimmt, ich sollte vielleicht den Clan-Tig nochmal länger zeigen. Das war jetzt nicht so intelligent. Ich schreib jetzt hier erstmal schön. Kann ich nicht mehr lieben. Oh, komm, nee, das ist ja zu böse. Ey, nicht, dass die mich deswegen echt sperren, Alter. Nein, aber guck mal, ich einfach so wurde einfach hier reingemacht. Kann ich mehr lieben. Okay, der erste kommt schon. Wie gesagt, der Hashtag ist Hashtag Y-C-T-C-L-2-V-8. Und jetzt schreibt einer Lichtle und Disiax. Und Grusel fällt wieder runter. Aber er schreibt dich nicht richtig. Ich weiß nicht, ob er dich wirklich... Ich bin Tilinator, ja, den kenne ich. Oh, ja, läuft, läuft. Yes. 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 Es geht ab. Es geht ab. Nein, Licht, ich bin dein größter Fan, Alter. Vergiss. Vergiss es. Sehr geil. Wir haben 25 momentan. Jetzt haben wir 29. 29. Es geht aber weiter, es geht weiter, es geht weiter. Wurde hier reingeportet, WTF. Guter Problem. Man müsste theoretisch, man müsste das eigentlich aufnehmen und dann so auf YouTube bringen. Phil Klan in blablabla Sekunden. Du, ich nehme es auf. Es steht morgen auf YouTube. Cooler Hack. Ach so, jetzt wird wieder gespendet. Sieh dir mal jetzt den Chat an. Und jetzt vergleiche ich das mal mit dem Chat vorher. Ja. Wow, wie der Chat abgeht, Alter. Wow. Wow. Aber ich sehe gar nicht mehr, was die anderen schreiben. Der Anführer. Hier, Anführer. Wow. Ältester, was geht hier ab? Der checkt es irgendwie nicht ganz. Alter. Ja, das ist richtig, richtig geil. Und wie gesagt, also so habt ihr halt wirklich auch die Möglichkeit. Also wie findet ihr das? Also schreibt das auch gerne mal in den Streamchat rein. Wie findet ihr das? Ich habe gerade im Streamchat gelesen. Ficken ist geil. Bäm. Och man. Ja. Das Niveau sinkt. Ach so, okay, okay. Ähm, und von daher, äh, einfach, wie gesagt, ihr könnt halt einfach irgendwo ein bisschen mit dabei sein. Also es ist ja wie eine Art Community-Clan, aber immer wieder, äh, dass immer wieder neue dabei sind. Hä, woher habe ich denn tausend Follower? Ein Mac-Menü zum Mitnehmen. Bitteschön, ein paar Riesen. Genau, richtig. Ja, genau. Ich habe es auch gerade gesehen, genau. Habe ich gerade mit Boogies voll gemacht. Okay, das hat gut funktioniert, weil die Leute haben sich auch echt gewundert. Das Ding ist halt, dass er mich leider gekannt hat, aber da kann man nichts machen. Da kann man nichts machen. Ja, du bist halt einfach zu groß. Bei dir hat das schon keinen Sinn mehr. Mann. Genau, richtig, richtig geil. Auf jeden Fall. Nee, lief aber richtig gut. Ähm, warte, da hat, da hat der Anführer was geschrieben. Oh, 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 Lichtle. Puh, Anführer, ich kann es nicht fassen. Ja, auf jeden Fall, wenn ihr irgendwie Lust habt, in dem Clan zu bleiben, vielleicht wird das ja ein halbwegs guter Clan, dann könnt ihr gerne drinbleiben. Das würde mich freuen. Vielleicht, dass wir so einen kleinen Clan aufbauen, das wäre echt mega cool. Also wie gesagt, so eine Sache ist halt, also ich, ich weiß ja, in welcher Situation, also ich weiß selber am besten von allen anderen überhaupt, wie schwer es am Anfang wirklich ist, einen Clan voll zu kommen. Nein, er hat Clan-Kriegssuche gestartet, das ist schlecht, das ist sehr schlecht. Denn alle lieben, alle lieben, alle lieben. Alle lieben, alle lieben. Sehr geil. Aber das ist immer dasselbe. Das ist immer dasselbe. Dann kommt irgendeiner auf die Idee, oh cool, 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 ich habe endlich die Anzahl voll und jetzt gleich mal ein Clan-Krieg. Und das ist halt einfach so, dass man da... Das Ding ist jetzt, aber wir sehen leider nicht mehr, wie alle Leute rausgehen. Doch, ich sehe das gerade noch. Die gehen definitiv raus. Oh, pass auf. Also es kommen natürlich wieder neue rein. Ja, es kommen neue rein, ich sehe das hier gerade. Der Clan ist immer noch in der Dienste. Ich bin wieder drin, ich bin wieder drin. Ja stimmt, der Park geht von raus. Ja, ja, genau, so. Sehr schön. Okay, aber im Endeffekt haben wir gerade richtig heftig den Jumper-Clan erschaffen. Ja, natürlich, ist doch klar, das ist doch vollkommen klar. Aber ich meine ganz ehrlich, der kann mal einen Screenshot machen und kann seinen ganzen Homies sagen, hey, mein Clan war voll. Ja, stimmt, stimmt. Also ich meine, es läuft natürlich schon. In zwei Sekunden. Und ich meine, mittlerweile kann man das sogar beweisen, indem man einfach sieht, okay, ich habe ein Foto, also beziehungsweise einen Screenshot mit dem... Der kann dann den Scream nochmal absehen. Ja, oder sowas, oder eben, weil man sieht ja wirklich den Hashtag vom Clan und dann sieht man eindeutig, okay, der war wirklich voll und von daher passt das auf jeden Fall. Also das ist auf jeden Fall nice. Warte mal, ich mache jetzt mal kurz den Chat zu und dann sehe ich ja, wie viele Nachrichten da kommen in dieser kleinen Zahl. Genau, ja, ja, ja. So, dann wäre ich aber jetzt nochmal dafür, dass wir jetzt explizit für YouTube nochmal aufnehmen, wie man einen Clan so schnell wie möglich will. Okay, richtig, ich weiß, was du willst. Ich, genau, ich beende hiermit jetzt schon mal dieses Video und wie gesagt, dann geht's noch weiter mit epischer Scheiße im Stream weiter. Bis dann.